Denk da jetzt mal nur an den Deal. Du brauchst da nur Sachen, Fragen, verkaufst du mir zwei Likes. Nein. Donny. Nein, sorry, nein. Nein, da frage ich hier jeden anderen, aber bestimmt nicht sie. Denkst du mal drüber nach? Und es ist auch mittlerweile scheißegal, ehrlich gesagt. Denk doch mal bitte drüber nach. Wut hin, wut her. Ich habe auch keinen Bock mit ihr zu reden, aber ich bin jetzt Geschäftsfrau und nicht mehr. Ich gehe jetzt hier geschäftlich rein, wie man das mitgekriegt hat. Deswegen spreche ich jetzt auch mit Sarah und möchte nicht mit ihr jetzt eine neue Freundschaft bilden, sondern ich möchte jetzt Likes kaufen und der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Hast du deine drei Likes schon vergeben? Nein, habe ich nicht. Auch wenn man sich leiten kann, kann man bei dir käuflich erwerben oder nicht? Ich möchte mir das heute noch überlegen, ehrlich gesagt. Alles klar. Wie viele willst du denn kaufen? Das, was du mir freigibst. Also du kannst jetzt überlegen. Für mich ist das ein Deal. Das ist ein einfacher Deal. Das ist ein Geschäft. In dem Moment hat sich auch wieder ein Schalter bei mir umgelegt und hat das Klick gemacht. Deswegen bin ich auch so cool geblieben. Klar ist das hier ein Spiel und glaub mir, ich muss nicht auf Biegen und Brechen hier gewinnen. Das muss ich nicht. Ich bin nicht so der Gewinner. Ich möchte jetzt aber halt gerne gewinnen. Ich bin ja offen und ehrlich. Ja, nee, das ist ja auch in Ordnung. Aber weißt du, auch nicht um jeden Preis. Und manche Sachen, die du halt gesagt hast, die haben mir schon auch wehgetan. Gut, dann entschuldige ich mich natürlich. Und mach es, wenn du es wirklich so meinst. Weil du guckst mir nicht in die Augen. Ich kann ja in die Augen gucken. Ja, klar. Aber ich denke, also für mich ist das jetzt einfach nur ein Deal und keine Heuchlerei. Deswegen habe ich dich jetzt gefragt. Gib mir einfach Bedenkzeit. Nicht unter Druck. Nee, nee, also wie war das jetzt nochmal? Also würdest du einen kaufen und er will einen geschenkt oder ich blicke jetzt gar nicht durch? Er ist sich jetzt zu fein natürlich, dich zu fragen. Ist logisch. Deswegen wäre es jetzt meine Bitte, vielleicht ihn einzugeben und ich kaufe zwei. Ja, die haben sich doch alle Berechnungen von mir gewünscht. Es wurde mir ja ständig unterstellt, wie berechnend. Ich gebe dir nur das, was sie wollen. Die wollen das so. Danke, dass du erstmal zugehört hast. Ja, du auch.